Hallo zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden. Ich bin mir mit immer in die Ansage gequatscht. Hallo. Ja, du warst ja das vorher gar nicht an. Ne, warum auch? Hallo und herzlich willkommen hier bei Abos mit Freunden. Das ist der Anfangs-Gag. Ja, wir spielen mit Theo, Vicky, Sören, Vagabound und meine Wenigkeit. Vagabound. 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 Like a boss. Check it out. Ja, der versteht nur die Hälfte, weil er ist Tscheche, habe ich gerade gehört. Als ob du es zum ersten Mal gerade hörst. Ne, ich habe schon mal ein Game-Video aufgenommen. Warum seid ihr eigentlich gerade so leise geworden? Hallo, Mom. I'm in TV. Und er hat zumindest verstanden, dass wir aufnehmen. Gut. Wir spielen gegen das Verliererteam aus Pantheon, Ash, Six, Blitzcrank und Malfight. Mit dem Gewinner-Team. Das ist Fade, Timo, Zono, Olaf und Caitlin. Du hast nur die Namen der Spieler genannt, aber nicht die Champs, die sie spielen. Hat doch jeder gesehen, oder? Außen wollte ich dir auch mal was sagen lassen. Auch wenn es ja nur mein Abos mit Freunden ist und du eigentlich nur als Freund jetzt dabei bist, aber... Ah, so. So. Ich weiß immer noch nicht, warum ihr so leise seid. Ich muss mal eben kurz da hinrennen und hier rausgehen. Ich hoffe, ihr seht das alle nicht so, ähm, oder soch. Ich weiß es nicht. Woran liegt das denn jetzt? Tududududum. TeamSpeak. Lauter. Ich hoffe, ihr seht nicht alles zu laut. Sag mal einer, was? Hey! Danke, das wollte ich gerade hören. Was war denn für mich zu laut? Ach, übertreib's doch nicht. Ich muss mal wieder ein bisschen runterstellen. War wohl nichts zu machen? Ne, es war so laut, dass ich mich sogar selbst gehört habe. Der, der, der Alex ist auf K. Siehst du noch? Der hört nicht drauf. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ist sehr gut. Ich hab nur, äh, ich war eben, ähm, ich hab euch leiser gestellt. Wann spawnen die? 1,40, ne? 1,30, 1,40, 1,40. Ich pull die. Du pullst die, okay. Leike Baus. Leike Baunt. Leike Boond. Er hat mir auch gerade gesagt, dass, äh, in Tschechien alle Piraten sind. Ah, ja. Kannst du ein Piratenlied? Geh doch weg. Theo. Was denn? Boi. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Hast du Heal? Als erstes, oder? Achso. Was eigentlich immer gut klappt, ist, nach hinten gehen und dann schießen. Also immer vor den Viechern weglaufen. Riechen uns das näher an. Das kann ja jeder. Ich, 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 ich... Alter, was macht die denn für'n Schaden? Ja, das ist ein First Cut. Ach ja. Lieber auf mich genommen, bevor du ihn abtrickst. Das ist aber ein Lieb von dir. Zeit zum Filzen. Hallo, warum ist das nicht mein Kill gewesen? Frechheit. Eine heiße Spur. Jaja, klar. Kannst mich mal. Oh nein, ich wollte nicht schießen. Ich habe das Wettbewerb für den Job. Eigentlich müsste ich aus dem Gebüsch rausschießen, ne? Dann bräuchte ich mehr Schaden. Verfehlen? Ich? Niemals. Ich finde die Gefahr aber, dass er plötzlich guckt. Jaja, das ist das Problem. Okay. Alles ist gut. Nein! 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 Oh! Nein! Ich habe hier, ich habe hier, ich habe hier. Ist gut. Und ich habe CW. Oh. Oh. Oh, verdammt. Ich habe hier nicht. Ich habe hier nicht gehockt. Ich habe hier nicht gehockt. Dann bin ich tot. Ah, er wollte dich hocken. Ich habe aber auch richtige Uses. Ja. Ich habe aber auch richtige Uses. Ja. Ich habe keine mana mehr. Ich kann auch nichts machen. So ein Gank wäre jetzt toll hier unten. Waaah verdammt! ILEAN! Das war aber so gerade eben, wo er mich erwischt hat. Ja. Ich muss schon gleich, sonst wird nichts mehr. Ich könnte jetzt schon kotzn hier mit dem... Olaf, wenn du willst, kannst du mal da halten. Muss auch auf Engl sprechen. Take mit Olaf! Oh Gott! Hold, muss ich sagen, hold mit. Mach Schaden an dir, damit es nicht zurückkommt. Oh ne, dann bist du tot. Bring ihn nach Hause. Kill 6! Ja, jetzt! Faster! Too late, too late. SS? SS, äh top, äh bot. Alles! Das nehme ich noch. Ja, das war mir klar. Wieder Lass ins Clown und so, ne? Ja, irgendjemand muss hier kriegen. Oh. Stimmt. Ach ja. Schönen wir noch was ist? Ah, da ist er ja. Blitzkank geht worden. Ja. Sehen wir uns das näher an. Ja, da hat er gewordet. Ich denke, er hat unser Gebüsch gewordet. Komm mal von der Weg. Ab Himmel fight. Verfehlen ist niemals. Hauptsache, du hugst mich noch, du Sackgesicht. Haha, da war ein Olaf. Ja, weiter. Oh, schade, schade, schade. Muss die Sona das wieder machen. Wenn die lange genug da bleiben, hast du eine Chance. Äh, Pantheon Mitte? Naja. Warum bin ich nicht schon Level 6? Die Herzen erwischt mich nicht. Haha. Ja. Willst du Blitzkank, oder kann ich es nehmen? Ich habe schon wieder keinen Mana, ey. Ich könnte kotzen hier. Ich bin etwas schneller als mein Schaden. Ah, deren Jungler sehen wir ja frühzeitig, ne? Ja. Ah, er könnte auch irgendwann mit Rookie kommen. Nein! Wie ist er denn durch den Creep durchgekommen, hallo? Der stand... Der Creep stand genau dazwischen. Ich werde mir das hinterher im... ... im... ... im... ... im... ... im... ... das gibt's doch nicht. Der stand... Der Creep war genau dazwischen. Aber, was ist das? Ich liebe einen, was ist das denn? Ich liebe einen, was ist das denn? Ich will ihn doch töten! Was machst du denn für ne... Was bist du denn für ne Supporterin? Ich hab doch so krasse Crewdowns heute. Das war spontan. Das war spontan. Er ist immer noch da. Oh nein! Renn so nah! Jetzt bist du tot. Du bist so tot. Aber sie hat auch ein Ulti auf dich benutzt, ne? Hast du gesehen? Das ist... Also ich glaube der Busch unten ist auch gewordet. Der hier? Ähm, der zweite. Na, wieso wegflasht? Hast du das gesehen? Ja, wieso wegflasht? Ich wollte gerade shoppen. Zeig nochmal, bitte. Der zweite, also deren Busch, meinst du? Ja, ich glaube schon. Komm mal hier auf den Plus. Komm mal hier runter! Spät. Ja. Wir machen deine Ulti. Nicht genug. Nö, ich muss weg aus der Mitte. Spät. Spät. Ja. So, wo alle Wörter sind? Da ist ein Board, und da ist ein Board, und hier ist ein Board. Und dann ist er schon wieder... ...down. Aber da ist einer, ja. Eine heiße Spur. Ja. Oh, ich wollte auch Heel drücken, scheitert. Hauptsache, ihr kriegt jetzt einen. Ne, aber... Da ist ein Board. Da ist ein Board. Puh! Wow! Das gibt's doch nicht! Komm, Schüppel! Daneben geworfen! Ah! Niki packt dich am Kopf, was wir hier unten machen. Ja, was du machst, ist ja offensichtlich. Davon war EINER meine Schuld. Ja, du! Ja, ne, ein Kill von mir, den ich gestorben bin, war meine Schuld. Du hast drei Tote. Ja, drei. Der eine war mein Schuld, sag ich ja. Der Rest, meine? Ne. Imband ist von den anderen. Ja, ich will gar nicht stören, aber... Imband ist. Die Marken auf die Engine? Stun die, Stun die, Stun die! Ulti! Ulti die! Wollte nicht glauben. Ist alles gut. Machen die jetzt eben einen Channel hier? Sind die doof? Ja, er ist jubelnd. Was machst du in der Mitte da? Wollte nicht. Wollte nicht. Wollte nicht. Wollte nicht. Wollte nicht. Der hier rumtänzelt. Na ja, er versucht an den Creeps vorbei zu kommen. Eine heiße Spur. Nur kein Bock auf den Ash-Pfeil. Na ja, also ne, ist klar, ne? Kannst ja ein paar Dorans kaufen. Ich muss ein bisschen erleben. Ich hab keine Worte zu hören. Sehen wir uns das näher an. Alles gut, sie pusht ja weiter. Und... So, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Und... SS? Ulti in 3 Sekunden erst. Ah. Wie lange brauchst du für dein Ulti? Ja, die hab ich doch gerade erst so fest. Na. Immer noch SS? Ach, jetzt keine Stop. Mitte. Nein! Boah. Die Knaps überlebt hat, oder? Oh, dann push wir jetzt eine Tower. Oh. Oh, oh, oh. Zurück, zurück, zurück. Da pushen wir keinen Tower mehr. Hui. Der Error. Hm. Ich. Ach so, was bist du gemacht? Hast du rausgeflogen, oder was? Ich hab die Leute rausgeschmissen. Ich hab die Leute rausgeschmissen. Pass auf Blitzkrieg, ne? Ja. Eine heiße Spur. Netter Versuch. Sollten wir öfter machen. Wo ist denn Ash jetzt schon wieder hin eigentlich? Bin ich etwas schneller als mein... Ash, SS? Ich gehe jonglen. Naja, das... Warum klauseln wir den? Fühlst du dich gut dabei? Fühlst du dich jetzt toll? Ja. Ich hab da kein schlechtes Gewissen. Ich hab da kein schlechtes Gewissen. Go, 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 go. Wo ist Ash? Ah, da ist Ash. Ash, Ray, Ash, Ray. Ich geh mal zurück, ich hab keinen Gold. Was ist das noch nicht mehr? Ich hab 2.000 Gold. Nein, und? Ich muss auf jeden Fall hinterher durch die Creeps durch. So, ja, so ist gut. Ich hab den Lenin unten. Ich habe das Werkzeug für den Drugs. Uh. Wanderst du deine Multi wieder? Ja, ich hab eine. Ach du... Ja klar, der hat noch viel. Ich hab ja ordentlich schon. Jetzt schon KDU. Ja klar. Haha, alter. Dive steh mich mal eben alleine. Ja, die Leute klingeln in Uneinigkeit. Ja, die Leute klingeln in Uneinigkeit. Könnte man versprechen. Ich könnte auch unglückliche Begegnung sagen. Ja, ähm. Ja. Warte, ich sterb jetzt nochmal, weil ich Dragon worden will. Die sind Dragon worden, die wir wahrscheinlich gerade schon gemacht haben. Ja. Hau ab da, hau ab da, hau ab da. Hau ab da, hau ab da. Ich komme, ich komme. Renn. Stun sie, ulti sie, was auch immer. Come coming, come coming, come coming. Ja. Jetzt ist er aber tot. Ah, endlich. Drake ist noch da. Nice. Nichts, Theo spielt ordentlich mit. Naja. Ab jetzt vielleicht. Wir können ihn anbieten. Ja. Malfight miss. Ich brauche ein bisschen für meine Ulti noch, komm. Ja. Good job. Noch gut gestealt. Gut gestealt, oder? Ich kann. Ich kann mich nicht mehr nehmen. Und dann ist 21 hier. Okay. Okay, okay, okay. Was ist der Pantheon da? Der kommt runter. Oh, dann bohr dich weg. Es kommt, ja. Abgehe, Melphite, by the way. Hm. His ult is gonna hurt. Ja. Bitte? But he's gonna be like paper. Ja. Did he have an oracle? No. No. Schade. Pantheon coming top. We should go back. Us too. Here's a ward. On our side. Yeah, yeah. I saw it. When he hit him. Take three people to kill me. But they killed you. Yes, to the end. I love a good friend. Oh, 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 oh. I'm gone. Everything is good. Cool. No, 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 no. I can't. Go away from the ward, so he's going to run. Go away from the ward, go away. Take three people, go away, go away. Go away from the ward, go away from the ward, go away from the ward. Okay, let's do blue, blue. I'm going back, 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 okay. Zix hinter mir! Zix hinter mir! Hilfe! Wie hab ich hierhin getötet? Zix hinter mir! Zix hinter mir! Zix hinter mir! Aaaaah, Ed! Nice! 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 Baos! Ed was close, this bomb! Ja! Ja! Mit Tau pushen! Get the dragon! For god's sake! I don't think it's up, I think it's back. Ja! Ah, okay! Mega, dein Ashe-Pile! Teo, willst du blau haben? Ja! Oder du bist doch unser Appeler! Hm, glaub schon, ja! Dann steht dir das wohl zu! Hab ich auch gehört, dass ich dein Appeler bin? Wir haben da ne Ward, also würd ich dann weggehen! Ja, komm, Pile! Ui! Hehehehe! Gleich geht aus! Die haben da echt ne Ward stehen gehabt! Ja ja! Deswegen war der Pantheon mich auch angesprungen! Das nächste Mal sagst du das BEVOR wir den blauen machen! Hehehehe! Ich dachte ihr habt's gesehen! Hm! Pass auf, pass auf, pass auf! Nicht, dass keiner achtet so viel aufs Spiel wie du! Ja, wir können nicht an alle eng gleichzeitig hingucken, das ist das Problem! Stun den! Stun den! Ich komme ran! Ich hab Ulti! Achso! Dann soll denn, äh, Teos dann! Ich hab grad ne falsche Karte! Achso! Dann soll denn, äh, Teos dann! Ich wollte eigentlich nur Mana und dann auf einmal... Stun den! 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 Schieb! 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 Ja, Spott! Ja und? Ich geh nicht hin! Er schaubt mich auseinander! Komm, geh doch hin! Gehen wir zu dritt hin, komm! Wieso bist du eigentlich nur Level 12, Teo? Ja, ja, da haben wir auch drei Leute gebraucht! Ja, dann können wir auch zu dritt hingehen, dann hast recht! Ja, dann hat's uns gesehen, komm! Komm, vergiss es! Die ist weg! Du brauchst gar nicht hinzurennen! Schieb! Mitte! Aufpassen! Alle fünf! Ne, alle vier! Vier! Lass dich nicht bouncen! Äh, grabben! Ja, können wir vergessen! Das ist wohl wahr! Ja, Malmalfight! Pussy! Hm? Ja, Malmalfight ist so ein Pussy! Ja, du wirst nicht gegen mich alleine gehen! Boah, wie ich diese... Kobold hasse, ey! Ah, f***! Nein! Oh, f***! Das ist was, das ist was ich gesagt! Du wirst wie, wie Papier! Äh... Komm mal in der Mitte, du! Können wir eigentlich leicht holen! Hm, wen davon! Äh... Six und Ash! Ah, ich... Wieso erwisch ich die denn da, die Bomben? Ich bin auch dann vorbei gerannt! Äh... Pass auf! Oh, er ist flaschig! So... Ah... Pass auf den Supporter! Ich muss weg! Schön! Was machst du da? Oh... Ich hat... Ich hab nicht gesehen, wo du warst! So schnell! Hinter ihr! Ja. Aber ohne Ash können die nichts, also von daher. Ja, aber Ash rein reicht ja schon. Ja, Ash kriegen wir down, wir haben genug Stunnen, um die down zu halten. Was gerade gut geklappt hat. Ja komm mal hoch. Wieso habe ich da jetzt plus 59 gekriegt für den? Soviel ist er ja gar nicht wert, oder? Und jetzt habe ich sie, und? Nein, ist der Malfight davor gelatscht. Stun irgendwas, Stun irgendwas. Okay, der ist down. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier. Hier ist Stunnen. Okay. Ja, wie viel hat er denn noch? Und dann kommt natürlich auch er hier an. Oh, hier ist auch noch einer. Jaaaa. Great job. Ja. Ja. Wenn wir jetzt heute hier bleiben, sind wir gleich wieder da. Komm 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 komm! Ash, Fries, muss ich auswählen. Nice. One for three! Geh jetzt weg hier Torain ist ab, ich gehe für ihn Torain ist näher Nashn ist näher, genau Nashn ist näher Ich komme zu ihm Ich habe mir einen Drakon für mein Verkauf Ich erzähle ihm, er wird hier Ja, ich sehe das Wir töten Teemo für dich Ja oben auch Ich habe das Werkzeug für den Job Okay, jetzt alle drei da rum Okay Einen Schuss und die Hals sich wieder hoch Hm Welches Level ist hier eigentlich? Welches Level ist hier eigentlich? Oh mein Gott Schön von der Wand weg bleiben Ja, Ward Geht nicht da hinten, ihr crept euch Okay, jetzt haut den Ward weg Okay Ulti wieder ready Und? Ich stelle gleich neue Fall hin, ist doch kein Problem für mich Oh 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 Wir sehen uns das näher an. Hm, wie die auch da bleiben alle, ne? Als hätten sie überhaupt keine Angst. Eine heiße Stil. Wir kommen jetzt schon wieder. Oder so. Oh, einer mit Echo. Super. Oh, nicht magisch. Let's go for Baron. I think they are back in. Geh mal bitte raus hier. Danke. Ich muss eigentlich hinkriegen, dass die Passwort reinkommen. Aber warum das eben nicht funktioniert hat mit Passwort, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Blitzcrank ist hier. Das Risiko was wir jetzt machen, das ist ja euch klar. Ja. Ja, ich wusste es. Nein, ich sterbe. Was? Na egal. Auf jeden Fall sind sie alle tot. Okay. 1 for 5. Sehr gut. Wer ist der Risiko, hm? Ja. Ja. Jetzt haben sie die Barren bekommen und der war nichts wert. Der war NICHTS. Der war NICHTS. Ich habe 300 Gold für jeden. Ja. Und alle drei gestorben. Wir haben ein bisschen Leergold bekommen als 300, glaube ich. Ja. Und was haben die Ding gesteilt? Keine Ahnung. Ich glaube 6 Bombe oder so oder Ulti oder sowas. Die Minen. Die Minen. Die Minen. Die Minen. Ja. Die Minen. Ihr habt noch 6 Sekunden bis Smelfight wiederkommt. 10 bis Ash. Aber es war nicht. Ich glaube sie sind besser. Wir können sie töten. In 5 Sekunden sind 3 zurück. 1 ist zurück. 2 sind zurück. 3 sind zurück. Demo geht für Blum. Sehr gut. Okay. Deposch. Das ist nicht so. So. Seid nicht zu greedy mit dem Blau da ne? Das ist eh nicht da. Okay. Okay. Oh. Und jetzt riech. Ja. Was macht Blizzkunk der? Ach so der versucht. Just keep running Kais. Oracle vielleicht einer? Jemand der lange überlebt. Vielleicht Olaf oder so. Überlebt der lange. Olaf. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Olaf. Care. Yes, yes, yes. I'm going back. Mhm. Eine heiße Spur. Just go to found foot now. Keine Mana. Bleib zurück. Bleib zurück. Kennen. Kennen, kennennem. Flür, ich hab. Bin ich etwas schneller als mein Schaden? Wer von uns? Ich hab... Ich hab Gold Öh Red ist... Red ist... Red ist... Für dich Timo? Red? No Weiß ich nicht ob's Sinn macht, aber... Eigentlich schon, ne? Ich hab... Der Blu ist ab Ich poll mal zurück, ich muss mir mal irgendwas kaufen Von Theon? Oh, aber die kommen von euch, von alle vier von oben Olaf, zurück, Olaf Drake ist ab Wir sind alle da, rennt zurück, rennt weg Ihr seid nur 5 gegen 3 Der Blu ist hinter uns Ja, wir gehen jetzt vorgegen Nein Nein, nicht alle hier Warte Genau Ich liebe eine gute Verbreitung Ja, ich liebe eine gute Verbreitung Ja, okay, go, 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 go Go! Ich hab Ashe 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 Verdammt Du bist tot Du bist tot Aber Ashe ist gestorben, ne? Ja, das interessiert aber nicht Nee Du bist tot Du bist tot Du bist tot Du bist tot Nee, fand ich auch nicht da. Ja, aber der hat wahrscheinlich Sachen aus. Ja, okay. Top Tower ist... ...near down. Lass dich nicht eiskalt erwischen. Bin ich etwas schneller als mein Schatten? Was mit Drake? Haben die den gemacht? Ja. Pantheon denken wir. Zeit zum Pilzen. Ja. Was hast du vor, Sören? Was? Ich renne einfach mit dir mit. Ja? Wahnsinn. Okay, du bist tot. Ja. Eine Sache kommt aus euch, wenn ich zwei... Ja, ne, das war... War schon gut. Den Pfeil bist du gut ausgewichen, aber... Aber der Faust halt nicht. Die Faust Gottes! Alter! Alter! Wie viel Schaden macht er mit seinem Minenfeld? Da konnte ich überhaupt nichts machen. Ja. Der Turm ist ja scheißegal, auch ja. Wenn Pantheon denen auch noch helfen würde, wäre alles easy, aber... Gott sei Dank ist er nicht da. Baron ist ab. Na ja. Man weiß ja, was wir machen gehen. Ja. So auch nicht. Doch, wir gehen jetzt, Baron. Wo hat er seine Ultien geschmissen? Ah, nach oben. Da ist er, nach unten. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Pffft. Wacht doch das noch nicht alleine. Aber wer kommt denn an, dass sie schon wieder... ...Stunfire rediert? Er hat die immer ready. Merkt ihr das einfach. Immer. Uh. Was war das denn für ne Ulti? Was war das denn für ne Ulti? Ich hab ein wenig Zeitverzögerungen. Alles drei hier reingestellt. Und da wird ein... Pantheon wird halt sein. Er hat ein Ulti. Ja, der Ulti. Entschuldigung, aber... Ich wär... ne? Aha! Ich kann nix machen. Ich muss weg. Ja, ja, ich bin weg. Schieß doch weiter drauf! Das war gleich nicht. So, alles gut. Wir müssen es spannender machen hier. Entweder bist du mitten im Pfeil oder du haust ab wie so'n kleines Mädchen, ja. Dann scheiß dich mal. Ja, genau. Mal so, mal so, ist doch logisch. Er hat Orakel. Ja, weil sie nie stirbt. Er hat ein Pfeil-Belt. Ja, ja, ich sehe das. Ja, genau. Ja, genau. Sie gehen Barren weg. Meinst du? Lass dich nicht eiskalt erwischen. Dann sollten wir nicht nähe bleiben, ne? Oh! Okay. Jetzt werden sie Barren. Jetzt werden sie Barren machen, auf jeden Fall. Ja. Ich liebe einfach... Nein, die sind noch hier. Die haben wir hier also an Bord stehen, okay. Ja, nur die beiden. Ne, drei. Drei, drei sind's. Okay. 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 Oh. Oh, fuck. Ey, das war doch verdammt knapp. Alter, drei Schuss und ich bin tot. Von der Ash. Ja, der Ash ist weg. Ja. Die hat so viel gegackt. Ich auch noch die Zona. Doch, die ist auch tot. Ja. Okay, das war's. Obwohl, die machen echt noch Barren? Kannst du jetzt einfach durchdrehen? Sicher ist sicher. Sagst du. Also auf jeden Fall Ash oder Six. Je nachdem wo herankommen. Ja. So, nirgends voran, oder wie? Doch, klar. Ganz schnell kommen wir ran. Wir fließen. Das hat Timo gerade erlebt, wie er es funktioniert, wenn man sich greppen lässt. Nehmen wir uns das näher an. So. Na, kann nicht. Er ist so krass gefeatet unten. So. Das gibt's nicht. Oh, ich muss noch nicht versuchen. Sie will kill me. Bam 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 Bam. Komm, ich auch noch. Du hast doch einen gekillt, ey. Du hast einen doppelkiss. Ah, die lassen Creeps gewinnen. Sehr schön. Warum auch immer. Okay, let's try something. Das wär so geil, dass sie so arrogant spielen und jetzt noch verlieren würden. Das wär geil, ja. Ja, aber da... Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, genau. Wir brauchen nur anzukommen, dann sind wir tot. Wenn jeder immer einzeln reinrennt, ist klar. Ja, dann halt jemand unten. Wir brauchen ein bisschen nichts zu covern. Alles klar. Was, Ash? Gut. Aber auch nur Ash. Na ja, und Dings. Ja. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Wer lebt denn noch, äh, äh, noch genug, die leben? Geh doch nicht alleine raus. Doch. Da ist einer. Alles ist gut. Sagt ne 19er Katlin, die unten total gefiedelt hat. Naja, hochgefiedelt habt ihr sie. Ich hab sie nur 3 kills gegeben. Danach hat's euch gekillt. Ja, dann 3 Stunden. Wollen wir was drauf spielen? Können wir? Was sollen wir sonst machen? Drumrum stehen? Genau. Hast du Ulti? Ja. Aber Ash ist wieder da. Ich frage jetzt wie nah ist sie dran. Ah ja, da ist der Pfeil. Sie ist also näher da dran. Vorsicht jetzt Mitte, Vorsicht. Ja, Fall ist eh weg. Boah, erstmal. Für die nächsten 60 Sekunden. Für die nächsten 5 Sekunden, genau. Für die nächsten 5 Sekunden, genau. Alles schmeißt in seine Richtung. Ey, auf Ash, oder? Boah. Ja, ist klar. Boah. Boah, macht Mehlfalt jetzt den Schaden. Boah. Boah, okay. Das ist ein AP. Was ich aber ganz am Anfang gesagt. Yes. Endlast, K. Ja, verloren Knapp Knapp, tschö